Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Beim letzten Mal war Sidequesten angesagt. Dieses Mal ist Sidequesten angesagt. Ich komme da nicht hoch. So, jetzt bin ich oben. Und ja, ich wollte aber jetzt noch mal irgendwas gucken, ob ich das abgucken kann, weil ich nicht in einer Seelenverbindung bin. Das ist nicht so. Schaffen wir aber gleich noch. So, ich wollte... Ah, ich kann hier oben speichern. Dann kann ich da noch mal ins Menü. So, und zwar, da ich jetzt festgestellt habe, dass das hier uns die Fähigkeitszellen erscheinen lässt, wollte ich mal gucken, ob mir auch irgendwo irgendwas anderes erscheinen. Aber das ist hier wie im Kämpfen. Erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme. Und was kommt dann? Erhöht den Schaden der Geisterflamme noch mehr und ermöglicht es, vier Ziele auf einmal zu treffen. Das hätte ich wirklich, wirklich gerne. So, hier haben wir Lebenszellen werden auf der Karte. Ja, Lebenszellen. Das hätte ich wirklich gerne. Dann müssen wir mich nicht suchen. Und dann müssen wir nachher nicht nochmal über allem bringen. Dafür bräuchte ich aber jetzt noch vier Fähigkeitspunkte. Fähigkeitszellen. Die Ausbeute der Geisternichts... Der ist die Lebenszellenanzahlung. Was ist das? Ermöglicht es, das Ohr durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Das kommt natürlich als letztes. Und was haben wir hier für regnet? Den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Ja, das bräuchten eigentlich fast alles. Aber das durch Wände zu sehen, was ist das? Dann müsste man ja wirklich überall nochmal gucken, wenn man alles an Fähigkeiten hat. Ganz ehrlich, Leute. Was soll denn das? So, ich gehe jetzt nach oben rechts. Da, wo es leuchtet? Dahin. Dann gehe ich hoch. Erstmal gucke ich da, was da noch dunkel ist. Da kommen wir eh dann vermeiden. Dann rechts rum, holen wir das. Dann gehen wir nach oben, holen das da oben. Und dann weint sich nicht weiter. Hier ist Gott sei Dank so nichts mehr. Nur noch zwei von diesen randischen Dingern. Aber ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Ja, dann können wir nach links gehen und dann da runter. Keine Ahnung, was da ist. Da könnte auch noch was sein. Also erstmal gehen wir da links hoch. Hier waren wir ja schon. Wupps. Hier sind wir hier. Hier sind wir. Hier sind wir hier. Ach,isiejschan. Wie soll ich das denn schaffen, bitte? Du bist so schnell! Ah ne, wie ging das nochmal? So ging das. Oh mein Gott. Wie komm ich denn mal um? Ah so. Schön. Runter. Und so jetzt rechts. Ah, Musi. Musi. Was waren die Viecher, ne? Die haben die Lacken. Was macht sie denn da? Oh Mann. Das wird zu viel alles hier. So. Wieso waren wir hier nicht? Damals. Warum waren wir hier nicht? Was können die hier noch, mein Linger? Ja. Du hast eine Fähigkeitshälte gefunden. Jetzt erhältst du einen weiteren Fähigkeitspunkt. Ruf mit den Fähigkeitsbaum auf. Und da. Äh! Hier ist ein Triforce! Wie komm ich da jetzt hoch? Irgendwie blick ich nicht mehr so ganz durch. Ich konnte mich doch auch so... Hä? Ja. Na gut. Hier brauche ich 3 für, ne? Ich habe jetzt 2. Erhöht die Ausbeute. Das Beigeister liegt. Wie kann ich mich denn noch mal nach oben schießen? Hä? Bist du Fynn? So wie's? Ah so. Wenn ich ihn jetzt... Da ist ein Kartenfragment! Oder ist das das, was da jetzt kommt? Wahrscheinlich, ne? Klar, das ist schon aktiv. Ja. So! Tschüss! Ja gut. Aber will ich jetzt hier noch mal runter? Will ich da oben noch mal hoch? Ne, ne? Da wollte ich jetzt nicht noch mal hin. Jetzt muss ich wieder nach links. Um dann da hoch zu kommen. Und mich dann mal nach rechts. Der Weg ist ja jetzt nicht weit, ne? Komm, wir gehen jetzt nach rechts. Hier ist es auch so schön gewesen. Hier oben ist ja auch noch so dunkel. Der obere Bereich. Wer weiß, was hier noch so ist. Ah, guckt euch das mal an! Sehr geil! Das freut mich sehr. Ja. Ja. Hier wollen wir mal ne Tür, die wir geöffnet haben. Ich speichere hier mal vor, so selber. Links. So. So muss ich hin nach oben. Oh, das ist alles so schön jetzt. Das man hier wirklich in Ruhe jetzt noch mal gucken kann. Ähm. Mir ist gerade relativ egal gewesen. Wir haben ja jetzt mittlerweile ziemlich viel Lebensenergie, ne? Wow! So. Ups. Es war mir sogar ein Zufall, dass ich herauskomme, wie man dieses Viech besiegt, ne? Also... Super! Freue ich mich. Wir kommen doch ganz gut voran mit dem Sidequest, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt... Oh. Kann ich hier eigentlich speichern? Nö. Egal. Bäh. Ich komme ja gar nicht raus, ne? Scheiße. Nehmen wir den Weg zurück, den wir bekommen sind. Oh, es ist so schön jetzt hier, wenn es so ruhig ist. Es war ja nicht noch so ein Teil da unten, ne? Da ist es auch, glaube ich, noch dunkel. Aber da unten müssen wir jetzt nicht noch unbedingt hin. Müssen wir ein paar Gegner platt machen. Ich werde jetzt atmen können, wenn man nicht gehört ist, oder? Oder? Uh. Oh, es ist so schön. Und ich möchte gerne mal wissen, unsere Ziehmutter, obwohl sie nicht auch jetzt ein Leben erweckt und ist auf dem Weg irgendwie... Und dann gerade so ein bisschen raus, wie gesagt. Wo muss ich jetzt hin? Links rum, ne? Da oben wollte ich hin. Oder muss ich nicht nach oben? Ich bin einmal hier, ne? Ich bin ja einmal hier. Eigentlich wäre ja echt ein Traum, da ich ja mittlerweile wirklich 100% haben möchte, die komplette Karte halt aufzudenken. Und alles, was ich habe, auch dieses Bohre-Kartenfragment, das da noch übrig ist, müsste ich eigentlich noch dahin, wo es hingehört. Oder ich weiß aber echt nicht, wo es hingehört. Ouuuääh! Ich bin ein Bohr, ich schwömm. So, muss ich jetzt hier raus? Ja, hier muss ich raus. Und dann, weiß ich auch nicht. Hä, wie komme ich denn da hin? Hä? Das ist ein abgeschlossener Raum, wie komme ich denn da jetzt bitte hin? Ochse! Das ist ja doof! Ja, superschön. Jetzt habe ich das Ding gefunden. Ich hab auch keine Ahnung, war richtig wir lang? Schwimmen, Columb considered? Oh mein Gott! Ja. Haben wir gefunden. Fabian, mal einfach rauskommt. Das ist ja jetzt blöd. Ah, hier. Ah. Ah. So, sehr gut. Langsam hier durch. Ich will mich nicht sterben. Ja. Okay. Okay. Gut. Gut. Da hier sonst nichts mehr aussah... der Gang... ne, auch nicht. Das hat sich halt ne Abkürzung gefunden, zwischendurch noch auch sehr gut. Oh, ist auch nichts mehr. Okay, jetzt bin ich wieder hier und will jetzt da hoch. Okay. Gucken wir mal aus. So, ich habe wieder einen Fähigkeitspunkt. Haben wir jetzt wieder? Oh, was denn? Ich muss rechts und dann da hoch. Okay. Oh, Monsterfeel. Für uns aber fast keine Herausforderung mehr, weil wir echt so schon gute Kampfspielze haben. Schade, dass die sich hier immer umdrehen. Muss ich hier lang? Ah, ne, warte, ich kann auch, da der Wind ja aktiviert ist. Ist da oben noch irgendjemand gewesen? Ganz oben? Ach, ich hab den voll. Ein Schmetterling! Weiß ich auch nicht, was es ist. Jetzt könnten wir noch mal in den Baum reingehen, ne? Das ist aber keiner von uns, glaube ich, will. Nie wieder. So, wo ist denn das? Das ist da oben in der Ecke. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Ach so, da kommt Wind. Ja! Jetzt können wir das machen. Jetzt sehen wir auch die Lebensdinger. Also heißt die, die grünen. Da, wo hier besser dann keiner mehr von ist. Das ist doch konzentaktisch. Aber ich denke, dass wir fast alle haben uns auf eins wahrscheinlich. Hier ist keins mehr. Ne? Also, ich glaube, ein einziges fehlt uns noch. Ich würde sagen, dass uns ein einziges noch fehlt. Aber wo ist das? Ihr könnt es doch jetzt sehen. Lebensmarkierung und Lebenszellen werden auf der Karte markiert. Das sind die grünen. Ich würde sagen, dass da unten noch eins fehlt. Es sind ja zwei am Ende. Und da ja immer dreier Blöcke kommen, würde ich sagen, dass uns noch eins fehlt. Und die Frage ist jetzt nur, wo ist dieses eine? Also, ich schaue jetzt nach grünen Sachen aus, ne? Hm. Ja, oder wir haben doch alle. Und das war jetzt voll umsonst. Gut, uns fehlt wahrscheinlich noch ein Stück Karte. Vielleicht kommt da hier noch irgendwie was. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt da. Ja, dann gehe ich jetzt hier runter, hole das Orangene und gehe dann Richtung... Da. Würde ich behaupten. Ich mache jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Sidecrust. Ich will mit der Story weitermachen. Ich möchte endlich wissen, wie es endet und was aus Kuro wird und aus unserer Mutter oder Vater, was eigentlich ist. So, jetzt ist leider vorbei mit der Schönmusik. Jetzt will ich uns das nochmal nach unten. Das Orangene Ding nachholen. Das hätte ich schon ganz gerne noch. Dann sind wir gleich schneller an unseren Zielen. Das ist auch eingesetzt, ne? So, kam ich jetzt nicht ruhig? Ja, wie der Dorn, da waren wir auch schon. Ich verstehe das nicht, wo... Da unten ist auch noch lang. Wo, zum Teufel, kommt dieses Kartenfragment hin, was ich da überschatt? Ich glaube, irgendwas habe ich vergessen oder übersehen. Ich weiß aber einfach nicht, wo. Okay. Wo ist denn da? Eine Tür. Ich nehme jetzt die Tür auf. Hä? Warum ist denn eine Tür wirklich auf? Die müsste doch denn mit dem Schalter funktionieren, oder? Hä? Ist doch nichts. Das ist ja jetzt doof. Dann nicht. Dann halt nicht. Dann habe ich jetzt auch kein Wort, ne? Wow! Oh! Sind wir schon im Feuergebiet? Ja. Wir gehen jetzt da hinten hin. Au! So. Jetzt... Also wir waren jetzt glaube ich... Zum vierten sind wir jetzt hier. Die Opfer sind jetzt schon hier. Die Opfer sind jetzt schon hier. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Das ist blöd, dass die halt echt ewig brauchen, um zu schießen. Ich muss mich gleich wieder auf den Fallschirm machen lassen. Ist es jetzt tot? Warum ist es denn jetzt tot? Das kann doch jetzt nicht tot sein. Soll ich denn da hinkommen? Hallo. Ich bitte sie wieder zu kommen. Wollt speichern? Kann ich hier nicht speichern? Ja gut, dann speichere ich jetzt hier nochmal und wir gehen jetzt wirklich in der nächsten Folge der Story weiter entlang. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute!